Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Premium Wanderweg Rödelsteinfahrt. Dieser Wanderweg ist im St. Wendler Land und die Strecke hat etwa 14,5 Kilometer. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Guten Morgen, heute sind wir wieder im St. Wendler Land unterwegs. Guten Morgen. Der Rödelsteinfahrt befindet sich in Götesweiler. Der Rödelsteinfelsenreer. Der Rödelsteinfelsenreer. Das war's für heute. Schon die dritte kleine Brücke für heute. Hier ist ja. Ja, das ist gut. Maschinen Zitzen. Waschgefalle Es gibt nur eine andere. Ja, das ist gut. Aus diesem Gestein wurde früher Rödel gewonnen. Rödel diente dazu, Deckenbalken, Häuser und auch Schiffe anzustreichen. Rödel der Norte. Das war's. 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 Noch etwa zwei Kilometer. Noch etwa zwei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns richtig gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden. Das war heute. Ich habe ein paar Mal auf die Uhr. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön.